Willkommen. Im Rahmen von Ebenenscharen werden wir uns hier zwei Beispielaufgaben in Zusammenhang mit Parallelität und Orthogonalität anschauen. Bevor wir gleich loslegen, gibt es eine sehr kurze Übersicht über die wichtigsten Grundlagen, die ihr bei der Lösung dieser Aufgaben benötigt. Als erstes die Koordinatenform einer Ebene und ihre wichtigsten Eigenschaften. Das hier ist eine Ebene in Koordinatenform. Die Zahlen oder die Koeffizienten vor x1, x2 und x3 sind die Koordinaten des sogenannten normalen Vektors, was ich hier mit n abgekürzt habe. Wenn man sich so eine Ebene abstrakt vorstellen möchte und sehr vereinfacht, am besten als ein Parallelogramm, mit einem normalen Vektor, der natürlich orthogonal zu dieser Ebene steht. Zweitens, wie man zwei Vektoren auf Orthogonalität und Vielfachheit überprüft. Zum Beispiel, wenn zwei Vektoren a und b aufeinander orthogonal sind, dann müsst ihr euch daran erinnern, dass das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren 0 sein muss. Übrigens, das Skalarprodukt wird in manchen Büchern auch mit diesem Kreis, so wie unten, abgebildet dargestellt. Ich werde es hier aus Gewohnheit mit Punkt benutzen. Außerdem kann man auch die Vielfachheit oder Koordinialität zweier Vektoren mit folgenden Ansatz überprüfen. Also der erste Vektor mal irgendeinem Faktor multipliziert, also Vielfachheitsfaktor, soll den zweiten Vektor ergeben. Und wie bereits erwähnt, diese Eigenschaft nennt man eigentlich auch Koordinialität oder lineare Abhängigkeit. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Am besten drückt ihr gleich auf Pause und liest in Ruhe die Aufgabenstellung durch. Geht davon aus, dass das erledigt ist. Also, wir haben hier eine Ebenenschar EK und wir suchen einen Wert für diesen Parameter K, sodass diese Ebenenschar orthogonal zu einer anderen Ebene F ist. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, euch das Ganze gedanklich vorzustellen, eignet sich am besten eine Planskizze. Zum Beispiel, zwei Ebenen, die aufeinander orthogonal sind, können entsprechend so aussehen. Und weil sich diese Ebenen in Koordinatenform befinden, können wir uns auch die Normalvektoren vorstellen. Also, die Normalvektoren der beiden Ebenen würden dann so ungefähr, wie hier mit Rot dargestellt, aussehen. Und ihr kennt auch die besondere Lage dieser beiden Normalvektoren. Und zwar, die sind ebenfalls aufeinander orthogonal. Und das können wir jetzt nutzen, um unsere Aufgabe zu lösen. Damit meine ich, dass das Skalarprodukt der beiden Vektoren natürlich Null sein muss. Also, vereinfacht können wir das so hinschreiben. Normalvektor der Ebene F mal Normalvektor der Ebene E oder EK, das ist ein Ebenenschar, muss natürlich Null ergeben. Okay, diese beiden Vektoren kann man problemlos anhand der Gleichung dieser Ebenen ablesen. Für die Ebene F lautet der normalen Vektor 3, minus 2 und 1. Mal, bei unserer Ebenenschar haben wir dann entsprechend K, 3 und K, minus 6. Und das Ganze muss Null ergeben. Jetzt rechnen wir diesen Skalarprodukt aus. 3 mal K ergibt natürlich 3K. Dann, plus minus 2 mal 3 sind natürlich minus 6. Und plus 1 mal K, minus 6. Das ist einfach nur K, minus 6. Und das Ganze ergibt Null. Jetzt fassen wir zusammen. 3K plus 1K sind 4K. Minus 6, minus 6 und minus 12 ist gleich Null. Formen ein bisschen um. Also, die minus 12 geht rüber. Somit 4K gleich 12. Und wenn wir durch 4 teilen, haben wir für K den Wert 3. Und genau das wollte auch die Aufgabenstellung von uns wissen. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Auch hier bitte auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Also, wir haben hier zwei Ebenenscharen, ET und FR. Und wir müssen die Werte für T und R so bestimmen, dass die zwei Ebenenscharen zueinander parallel sind. Auch hier empfehle ich, sich das Ganze als eine Planzkizze vorzustellen. Also, die zwei Ebenenscharen können wir uns hier wie rechts angedeutet vorstellen. Und weil sich die Ebenen wieder in Koordinatenform befinden, ist es sinnvoll, auch diese Normalvektoren zu betrachten. Also, für die Ebene ET könnte der normalen Vektor so aussehen und für FR so. Ich glaube, K und deutlich erkennbar, dass diese Vektoren vielfacher sind. Und deswegen nutzen wir diesen Ansatz für die Vielfachheit, was wir uns am Anfang angeschaut haben. Das heißt, zum Beispiel, dass der erste Vektor NE mal irgendein Faktor K, den zweiten Vektor, NF, ergeben muss. Naja, die normalen Vektoren kann man problemlos ablesen. Das heißt, bei der ersten Ebene haben wir dann T6 und minus 2. 6 und minus 2. Mal diesen Faktor K, soll der zweite ergeben. Und zwar 1 minus 3R und 2. Dann legen wir das Ganze in drei Gleichungen. Also, T mal K ist gleich 1. 6K ist gleich minus 3R. Und die letzte Gleichung, minus 2K ist gleich 2. Und jetzt schauen wir uns diese drei Gleichungen ein bisschen genauer an. Die ersten zwei Gleichungen sind nicht wirklich direkt brauchbar, weil sie beide zwei Unbekannten beinhalten. T und K, beziehungsweise K und R. Aber die letzte Gleichung ist super. Sie beinhalten nur eine Unbekannte, deshalb können wir gleich einen passenden Wert für K bestimmen. Wenn wir das Ganze durch minus 2 teilen, dann haben wir für K den Wert minus 1. Und diesen K-Wert nutzen wir jetzt in den anderen zwei Gleichungen, um passende Werte für T und R zu bestimmen. Also, bezogen auf die erste Gleichung, wenn wir für K jetzt minus 1 einsetzen, dann haben wir entsprechend T mal minus 1 ist gleich 1. Also, daraus folgt automatisch, dass T gleich minus 1 ist. Und jetzt K eingesetzt auch noch in die zweite Gleichung, folgt, dass 6 mal minus 1 sind dann minus 6 gleich minus 3R ist. Und wenn wir durch minus 3 teilen, dann kriegen wir für R den Wert 2 raus. Also, das wären die zwei Werte für T und R, sodass die Ebenen parallel sind. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang könnten auch noch Aufgaben in Bezug auf die Lagebeziehungen zwischen Ebenen und Geradenscharen von Bedeutung sein, sowie die Berechnung der Schnittgeraden bei Ebenenscharen oder auch Winkelberechnung mit Ebenen und Geradenscharen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es Euch nicht gefallen hat, dann könnt Ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt Euch mein nächstes Video.